Wie wir schon gestern gesagt haben, werden wir daher aus dem Stufenplan, den der Bund vorsieht, um uns gegen Corona zu schützen, die höchste Stufe, das ist die Stufe 5, das ist der Lockdown für Geimpfte auslösen. Wir haben uns heute in den Mittagsstunden der Kollege aus Salzburg und der Herr Bundesminister für Gesundheit darauf geeinigt.